Herr Oberbürgermeister, lieber Michael Heingroth, lieber Michael Zahjus, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Gäste, ich glaube, es gibt in jedem Beruf, den man so mit Herzblut und Engagement ausfüllt, gibt es so Sternstunden, wo man das Gefühl hat, ja, da fügen sich Dinge zusammen. Und oft hängt es gar nicht von der äußeren Dimension ab, sondern sozusagen vom Zusammentreffen der interessanten Dingen und irgendwie auch von einer glücklichen Stunde und einer solchen glücklichen Fügung, wenn man so will. Aber ganz hoffene Menge Arbeit verdankt sich die Ausstellung, die wir heute eröffnen können. Grundstück aus Brandenburg, zwei Ausstellungen aus dem Jahr 1989. Vor etwa drei Jahren schließen wir eigentlich durch einen Zufall in einem Museumsdepot des Oderlandmuseums in Altranft auf einige große Fototafeln, die Ost-Berlin zeigten sozusagen wie die Schokoladenseite des Sozialismus, eine Ausstellung, oder jedenfalls Fragmente, Reste einer Ausstellung, die den Aufbau des Sozialismus im sozialistischen Städtebau zeigten, sehr positiv, bestimmt und interessanterweise in russischer Sprache und kyrillischer Schrift beschriftet. Und dann fängt natürlich die Neugier an und von da ab entwickelt es sich eine Detektivgeschichte. Unser Detektiv war Thomas Wernicke, der hier auch der Berator der Ausstellung ist und dem es gelungen ist, die Hintergründe dieser Ausstellung ausfällig zu machen. Die Spur führte tatsächlich nach Moskau und sie führte zur letzten großen, wenn man so sagen will, Propagandaschau, zur letzten großen öffentlichen Darstellung der DDR im Sommer 1989. Eine zweite Fübung, eine zweite, ein zweites Geschenk, würde ich sagen, an uns war die Initiative, dass Michael Stein und Michael Heilbrot auf uns zugekommen sind und uns Material zeigten, eine Ausstellung, die auch vor 30 Jahren im Sommer 1989 hier in Potsdam gezeigt wurde, so weit von mir in der Nikolai-Kirche eine Ausstellung, die von Bürgerrechtlern gemacht worden ist, von einer kleinen Gruppe engagierter Menschen, die sich damals öffentlich gestemmt haben, die mit dem Untergang des Bauch- und Potsdam, die die Überfindlichkeit darauf aufmerksam gemacht haben, dass hier ein Verlust an Kulturgut droht, die mit ihren Mitteln sehr erfolgreich nicht nur versucht, sondern es tatsächlich umgesetzt haben, sozusagen ein großes Fragezeichen, einen großen Widerhaken sozusagen zu setzen. Niemand konnte wissen, dass ein Monat nach dem Ende dieser Ausstellung die Bauer fallen würde und sozusagen diese Ausstellung für uns heute ein Zeugnis ist, sozusagen genau für diese Wohnungsituation im Sommer und im Herbst 1989. Die Ausstellung auf eine sehr interessante Weise zu präsentieren, nämlich die große Schau des sozialistischen Berlin, sozusagen nach innen die Kabinen zu nehmen und die Bürgerrechtsinitiative in Potsdam sozusagen nach außen zu blenden. Sie werden das gleich sehen, zusammen mit den Materialien, wie gut diese beiden Projekte gesiegt sind. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei Michael Heimuth, Michael Zahjens, Stephen Mühle, Wolfgang Fräter, Hikuta Scholz, bei allen, die uns mit dieses Material, uns und Ihnen dieses Material zur Verfügung gestellt haben, bei Thomas Wernicke, unserem französischen Praktikanten Pierre Maillère, bei Guido Schmidt, der die Medien eingerichtet hat, bei den Gestaltern. Ich bin mir sicher, dass die Ausstellung auch die Aufmerksamkeit erfahren wird, wie er, wie ich finde, gebührt. Ich freue mich sehr, dass ich Ihnen zunächst mal Frau Dr. Mönch und dann Herrn Oberbürgermeister Schubert, dass Sie hier sind, dass wir Sie hier geben und ich darf Sie um Ihr Großwort bitten und im Anschluss daran wird Thomas Wernicke Sie hier ein bisschen... ...heute sehr groß und aus meiner Sicht heute sogar noch größer als vor einigen Jahren. Deswegen kommt diese Ausstellung auch genau zum richtigen Zeitpunkt. Die jüngere Generation hingegen kennt das Jahr 1989 oft nur aus Erzählungen in der Familie, aus dem Schulunterricht oder aus den Medien. Und ein Teil der Jugend weiß nur noch sehr wenig über die DDR-Geschichte, über das Leben in dieser Zeit, die friedliche Revolution und die Wende. Und für sie gilt es auch, neue Zugänge zur Geschichte zu eröffnen. Und auch das ist eine große Aufgabe von Ausstellungen, der Jugendgeschichte zu vermitteln. Und für beides, den Austausch mit den Zeitzeugen, genauso wie für das Ansprechen jüngerer Menschen, bietet dieses Ausstellungsprojekt ganz hervorragende Gelegenheiten. Die außergewöhnliche Konzeption macht die damalige Zeit aus verschiedenen Perspektiven erfahrbar. Zwei ungewöhnliche Fundstücke sind es, die hier im HBPG zu eröffnen sind. Sehr geehrte Frau Ministerin Münch, sehr geehrter Dr. Winkler, sehr geehrter Herr Warnicke, Herr Einbruch, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Herr Bänder. Ich freue mich sehr, heute mit mir in die Show Frühstück aus Brandenburg, zwei Ausstellungen aus dem Jahr 1999 eröffnen zu dürfen. Ich glaube, wir werden uns im nächsten Jahr sehr, sehr häufig alle fragen, was für was an sie vor 30 Jahren getan oder erlebt. Und so unterschiedlich wie diese Ausstellung ist, so unterschiedlich werden die Antworten sein, die Menschen auf diese Frage geben. Meine Ausstellung vermittelt einen außergewöhnlichen Einblick in zwei völlig unterschiedliche Sichtweisen auf die DDR in den 80er Jahren. Auf der einen Seite steht die sozialistische Leistungsschau, 40 Jahre DDR-Hauptstadt Berlin, mit der jetzt die Beziehungszeitung uns Berlin im Sommer 1989 in Moskau zugegeben, sehr gut denn zeigen wollte, wie hervorragend man in Berlin lebte. Auf der anderen Seite steht die Ausstellung Suche der Stadt Beste, die von privater Hand erarbeitet und dem baulichen Zerfall der zweiten Bauhausstattverwaltung Potsdam zeigt. Zwei Seiten der Einrealitätsmedaille der DDR, die nun, 30 Jahre später, in einem Spannungsreich gegenüberstellen, zusammengeführt werden und spielen Einsperrung und Wirklichkeit miteinander dran. Heute wirkt das, was hier auf den noch erhaltenen Schautafeln der sozialistischen Jährigen, die man sie nennen, trotz Ausstellungen, ist vielleicht der falsche Begriff. Werden Sie selber in der sozialistischen Ausstellung jahreraden, ist so grotesk. Schließlich wissen wir, dass der SED-Staat im Sommer 1989 bereits auf seine Hände zu steuern und dass von Moskau eben keine Schützenhilfe für die, die in dieser Zeit mit hinzugreifenden und schon ganz aus dem Moment zu erwarten hat. Aber das ist eben unsere Sicht, wenn wir uns heute sozusagen in der Retrospektive für die Jahre handeln. Als Herr Heimmann und Herr Zeichs 1908 sich ihrer Ausstellung besuchte, die Stadt Westen erarbeiteten, da waren die politische und erweitert politische und stiegebauliche Situationen in unserer Stadt, wo wir in die Laufung mit uns hinterher Proteste. Sie, wie viele Potsdamerinnen und Potsdamer waren schlicht fassungslos und fühlen über den Abtils ganzer historischer Äußerung. Aber Sie und viele der Mitstreiterinnen und Mitgliedsamt Mitstreiter, einigen auch schon im Saal gesehen, haben versucht, etwas dagegen zu setzen. Sie setzen sich für den Sturm des Abtils ein, auf einen organisierten Protest. Erinnern möchte ich an die Bemühungen zur Rettung der Dorotowstraße 68, in dem der Dorotowstraße 68, in dem 1. Januar 1908 in Sicht brachten Karola Schrape, ob er ein Informationstafel in den Schaumkasten des Kulturbildes handelt der Frage, wie ist das Sturm schaust, wie staunt. Ein paar Karten an die Gedenken, die Störerfilme der Inschrift, hier wohnte 1854 bis 1556, die Dorotowstraße, wurde am Haus angebracht. Heute wissen wir, es nützt nichts. Der Arzt war allerdings besiegelt, aber die Mut derer, die sich damit auseinandersetzen, stieg weiter. Die Sorge um das spätemauliche Erbe Potsdam, es wurde schließlich zeigen, der wichtigsten Motoren der wirtschaftlichen Bewegung im Herbst 1989 erleden. Der Fall der Mauer zwischen den beiden deutschen Staaten, zumindest hier in Potsdam, forcierte und der Einzige eben auch hatte. Nach sowjetischen Zeitungen, nach sowjetischen Pressemeldungen, nach sowjetischen Medien. Da kam etwas ganz Interessantes heraus, dass man eigentlich gar nicht so fixiert war auf das, was da nun Ost-Berlin die Hauptstadt der Krane in Moskau machte, es waren nur die Tage Berlins in Moskau. Sondern man war auch zwei Dinge fixiert auf den politischen Konkress und auch etwas anderes auf die Bundesrepublik Deutschland. Denn am 12. Juni flog Gorbanschow nach Bonn. Drei Tage. Und seit Ende 1988, seit seiner berühmten Rede vor der UNO, ist er ja im Ausland wieder ein Messias empfangen worden. Und so geschah das auch in Bonn, auf dem Rathausplatz vor dem Gorbi. Und so wird es im Herbst dann auch in Ost-Berlin sein. Aber die Diskrepanz war, und nur so versteht man diesen Erfolg dieser Berliner Umgestellung. In der Sowjetunion ging es eigentlich bergab. Die Wirtschaft war in einer riesigen Krise. Eine Inflation bahnte sich an, die ganz langsam stiegen wie Gelder. Aber die waren nun immer weniger. Es gibt nur ein paar Zahlen, die ich gefunden habe. Von 900 Konsumgütern, die man im DDR doch schon sagte. Also Kühlschränke, Waschmaschinen, Möbel und so weiter. Gab es noch 10 Prozent. Aber das war jetzt nicht das Schlimmste. Das Schlimmste war eigentlich die Achillis-Nase der sowjetischen Wirtschaft. Die Landwirtschaft. Die Menschen nicht ernähren zu können. Auch das wurde dramatisch. Also die Zeitzeugen, mit denen ich noch sprechen konnte, haben also wirklich berichtet, wie... Es ist ja... Sie müssen sich vorstellen... Alles, was in dieser Berliner Ausstellung gezeigt wurde, alles, was man in diesen Berliner Tagen danach in Moskau anbot, ist alles aus der DDR geschaffen worden. 50.000 Poplose sind zum Beispiel verkauft worden in vier Tagen. All diese Dinge muss man sehen. Und das ist, finde ich, auch noch einmal das Interessante. Dass man nochmal so einen Wegwechsel hat. Warum aus der Moskauer Sicht? Und ich empfehle Ihnen einfach nachher doch mal in diese Lesestation zu schauen. Wir haben Auszüge aus diesem Moskauer Besucherbuch, zeigen wir. Es sind Auszüge, die Schabowski... Schabowski war ja der Bezirkssekretär in Berlin, der auch das alles veranstaltet hat, zusammen mit dem Ostwilliger Magistrat. Er hat für Ronnecker nochmal, glaube ich, 12, 13, Auszüge aus dem Besucherbuch zusammengestellt. Die hat Ronnecker tatsächlich gelesen. Er hat sie ihm abgezeichnet und an alle Mitglieder und Kandidaten des Politbilos geschickt. Und mir sind, als ich erst einmal diesen Zettel gelesen habe, in den Akten sind diese Original-Übersetzungszettel noch da, sind mir fast die Tränen gekommen, was diese Menschen da geschrieben haben. Auf der einen Seite die große russische Höflichkeit, gratuliert zu haben, der DDR. Auf der anderen Seite steht so etwas, sowas schon, das haben wir noch nicht gesehen. Wir schämen uns ja so für unser Land, und so weiter. Und das kann man eigentlich nur eben verstehen, wenn man weiß, wie sind diese Situationen in Moskau schon wahr, in Moskau wohl genannt, und wie da trotzdem man natürlich wusste, dass es eine Propagandaschau war, wie da also nochmal diese Ostwilligen Schau war. Was sind wir denn mit hier? Wir haben eine Ausstellung eröffnet einander. Also gerade eben sind die Fundstücke eröffnet vorne eine der für mich beeindruckendsten Ausstellungen, und einen Auftakt in die vielen Ausstellungen, die wir mit Rückblick und mit Retrospektive auf das Jahr 1989 in den nächsten Monaten auch in Potsdam erleben werden. Und was ist das Ziel der Ausstellung? Das Besondere an der Ausstellung ist, dass sie eigentlich eine dritte ist, die aus zwei anderen Ausstellungen zusammengeführt ist, nämlich eine Ausstellung, die 1989 zum 40-jährigen Bestehen der DDR in Moskau gezeigt wurde und die die Errungenschaften der DDR am Beispiel von Ost-Berlin zeigen sollte. Und auf der anderen Seite eine sehr kleine, feine Ausstellung, die hier in Potsdam entstanden ist und die deutlich macht, wie Potsdam im Jahr 1989 aussah, wie weit beispielsweise die barocke Stadterweiterung zu diesem Zeitpunkt zerstört war. Ich kann nur jedem empfehlen, der heute in der Stadt lebt und diese wunderschöne Stadt, an vielen Stellen in der Innenstadt bewundert und sagt, wie schön es hier ist, in die Ausstellung zu gehen und sich anzuschauen, wie es vor 30 Jahren aussehen, weil man dann sieht, wie sich die Stadt entwickelt hat.